Hallo Leute, willkommen zum 15. Dezember und wie ihr es im Hintergrund seht, gibt es heute eine Aufgabe für Witcher 3. Die restliche Aufgabe habe ich verkackt und erhalte so keinen Punkt. Über das eingeblendete Video oder auch in der Videobeschreibung geht es zum Video mit der Aufgabe. Die heutige Aufgabe, die ich mir selber überlegt habe wegen fehlender Aufgaben für Witcher 3 lautet Gewinne einen 1-2-3-Kampf. Tja, hier stellt sich natürlich die Frage, wer die Vereine sein werden. Also wie stark sie sein werden, ja mal sehen. Die Folge mit der Aufgabe kommt heute um 19 Uhr und falls ihr Cash gewinnen wollt oder mir einfach eine Aufgabe stellen wollt, dann schaut euch einfach das Info-Video zu diesem Event an. Im Video eingeblendet und der Link ist auch in der Videobeschreibung. Mit diesen Worten, wenn ich noch das Video, bis zum Morgen um 19 Uhr und tschüss.